Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, tatsächlich. Herzlich willkommen in Brühenland. Bist du was? Denn ihr wollt euch mit euch und zeigt euch unser Freundes. Hey, was ist das Tolle an Brühenland? Man kann sich immer ansteigen. Ich sage ja, warum sind Bananen zu krumm? Wieso muss man schlafen? Wieso leben Regenwürmer unter der Erde? Wo hat Mama die Süßigkeiten? Hey, Happy, da seid ihr ja endlich. Ich habe schon auf euch geschaut. Seid bitte vorsichtig. Ich glaube, Arthos führt wieder was im Schilde. Passt bloß auf, dass ihr nicht zu nah an die Eiswelt fahrt. Wir kommen hier immer durcheinander. Nicht, dass wir am Ende in die Eiswelt fahren. In der Eiswelt leben auch viele Tiere, aber sie müssen alle ihren bösen Herrscher Arctos erhorchen. Er will alles zu Eis erstarren lassen. Deswegen greift er auf Grünland an. Mit Schneemaschinen und allerlei Gewalt. Wir haben eine leckere Extra-Portion Fischbühe. Aber Gott sei Dank sind Arctos Scherben alles Schnarchnasen. Wir haben uns nicht bemerkt. Hauptsache, wir landen nicht in Glasröhe. Das ist die Eisfestung von Arctos. Ich hätte mal wieder Appetit auf eine leckere Extra-Portion Fischbühe. Aber echt, der alte Schneeklops könnte uns ruhig mal nicht. Was denn ich jetzt kann, wenn es nicht runden Blut? Ich werde dafür sorgen, dass dieses widerliche Grünland endlich von der Landkarte verbindet. Selbstverständlich euer Kalbherzigkeit. Schon bald wird es kein Grünland mehr geben. Warten, um es euer neuer genialer Plan von Zwieg. James, was ist das? Grünländer in Glasburg schlafen denn hier alle Wachen? Was für die St. Häschenplan? Oh nein, sie haben uns entdeckt. Jetzt sind wir verloren. Ach, du schaffst uns eins, Frieden, und dann lassen wir alle als Eisskultur in seine Trophäen sammeln. Jetzt sind wir auch'n Glied. Da haben wir zum Glück Arctos mal wieder gezeigt. Wie? Da war es doch gar nicht dabei. Nein, es war die Kraft von uns allen. Zusammen sind wir stark. Auch gegen Arctos. Und unsere neuen Freunde haben auch mitgehalten. Ich habe uns ganz bald wieder besucht. Und vergesst nicht, ihr habt ja ein Drachen zu freuen. Schöne Fahrt! Ich habe uns sehr heissen, das ist alles falsch. Schöne Fahrt! Schöne Fahrt! Schöne Fahrt! Oh Gott! Ich bin schon hier drin, ich bin schon hier drin. Hey, ich hab ne Frage, wartet mal! Ja, 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 ich hab ne Frage, wartet mal! Ja! Ja! Ja, ich hab ne Frage, wartet mal! Ja, ich hab ne Frage, wartet mal! Ja! Ja, ich hab ne Frage, wartet mal! 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 Die Pähe! Die Schenke meiner Kumpine, Junge! Die Schenke meiner Kumpine, Junge, 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 Junge! Die Schenke meiner Kumpine, Junge, 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 Junge! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 And we can limbo on the sand to a steel drum band. Limbo, you're a limbo, man. Everybody needs a chance. Come on and move your body down. You're a limbo, man. Oh, man, wir laufen. Vergesst mir nicht da jetzt. Meine Damen und Herren, ich sehe den Testlauf. Auf Wiedersehen, Freunde. Na, 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 na. Cause I had all the money in the world, I could give it a wealthy girl. Did that money go great? About every day. All the riches, baby, drink my job. Meine Damen und Herren, jetzt siehst du dann deine Schatztruhe. Sehr blöd, jetzt muss auch noch laufen. Ja, sieht geschmeidig aus. So geht das, das Boot muss ziehen, nicht? Ach, Mann, Bootfahrer, ihr langt's, gib Gas. War das jetzt mal schwierig? Lass die Hust wackeln, du musst da rüber. Gut gemacht. Die beiden Wies-Mäuse über die Erbe. Hier, wollt. Drei, zwei, eins. Ich hätte es nicht besser gemacht. So, nachher mal, schön am Gang. Die Wies-Mäuse sind der Pirat. Warte, jetzt kommt die wieder, die bringt mich noch um die Platzmühle, die ohne Lust. Hi, ich bin Pamela Anderson von Baywatch. Und ich bin Ernie von der Sesamstraße. Doch, ich bin es. Ach, Quatsch. Jetzt, ihr lebt noch. Macht was, jawohl. Kieser, jetzt hat's nochmal Sex. Endlich, dein Schatz gehört mir. Vielen Dank, Oben. Ich liebe dir. Der Schatz gehört mir. Werde nach mir. Werde nach mir. Ich hab das. Ja, nee. Blöden ist gefeuert. Hinter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist die Schafruhe! Geh's mir weg! Hey! Ich hab dir doch gesagt, du bist gefeuert. Was? Du bist gefeuert! Was? Er hat gesagt, du bist gefeuert! Ich hab gesagt, ihr seid gefeuert. Gefeuert! 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 Oh! Feuer! Nein! Keine Sorge! Ihr kriegt das schon ab. Nein, nein! Nicht gefeuert! Nicht gefeuert! Ihr zählt alle mit mir zusammen! Wir beginnen bei drei! Nein, nein! Fertig? Ich mach ne Fliege! Drei! Zwei! Tschüss! Ein! Feuert! Das Feuer! Polly, du hast im Park meine Tscheche feuert! Super Arbeit! Ups! Nass geworden! Blöde Plätze! Jetzt können wir runterkommen, nachher Aufnahmen machen! So! Und Fantasie! In den letzten 35 Jahren dieser Wasserski-Show haben Athleten aus über 16 Nationen stets ihr Bestes gegeben, um ihnen diese Gefühle zu vermitteln. Nehmen Sie diese schönen und so oft vergessenen Gefühle mit nach Hause, Träume und Fantasien! Denn das ist der Schatz des Holiday Pops! So! Prost Neuer! Olli kommt wieder in den Hut fassen, damit er los und stark wird! Ihr packt die Hände aus! Und dann läuft das! Und hier kommen die Akteure von unserer Show Celebration! So! Jetzt kommt erstmal die Frage an euch! Hat's euch gefallen? So! 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 Ja, 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 ja. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wir können ein wenig nachdenken. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hier ist das, was wir hier? Hör uns hier! Hallo, hallo! Musik Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu feiern. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. Für die Outboard Modules das 35-jährige Wasserskishow Jubiläer zu sehen. deeper Art Cosmic-Jeariko-Wenn mar interactions mit innovieren und aufgesellschaftlichen Wasserskishow Jubiläern aus die W foto für die Outboard Modules sein. Das macht es doch Sie, um es zu ver concentrations. Ja, das macht es doch Sielebner. Sie conna konntest ihn, wenden sie zu gentlemen. Das help ich S10, dass ich die 될 dese happenediendo... ich brauche das Spiel olds. Zeh' icharnete mich hier. Ich versuche vor 100 Jahren. Musik 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 Anfalt, 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 Anfalt! Das war die Zeit, das war die Zeit, das war die Zeit, das war die Zeit. Das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.